grüß euch da der fein oder es dort steht es wieder eingeschaut habt zu kochen mit eurer heute machen wir weiter lang ist her dass wir es gemacht haben aber wir machen weiter im inoffiziellen the witcher kochbuch wir haben uns ein deftiges mal ausgesucht und wir werden jetzt einen schweinerollbraten mit äpfeln machen was wir laut rezept dafür brauchen schauen wir uns jetzt so laut rezept brauchen für den schweinerollbraten mit äpfeln einen schweinerollbraten das problem ist dass sie vorschlagen einen schweinen nacken zu nehmen ein schweinen nacken ist kein rollbraten ein schweinen nacken ist ein schweinen nacken ich würde einen schweinerücken empfehlen lässt sich schön rollen ich habe jetzt tatsächlich einen schweinen nacken gekauft und habe mir den einfach mal zurecht gebunden so dass zumindest ein bisserl ausschaut wie ein rollbraten davon circa 1,5 kilogramm solltet ihr keinen braten karen oder sowas haben dann lasst es euch vom metzger rollen das geht ab am besten aber ihr bestätigt das vor vielen lieben dank übrigens für dieses wunderbare stück fleisch an die metzgerei bichler nein ich bekomme kein geld dafür ich wollte einfach mal gesagt haben dann benötigen wir einen esslöffel senf wir benötigen fünf esslöffel honig eine prise majoran getrocknet dazu kommt etwas blumenöl etwas pflanzenöl da habe ich noch eine rapsöl hier rumstehen was wir benutzen können wir benötigen 250 milliliter dunkles bier finde ich übrigens sehr gut das heißt die andere hälfte gehört mir dazu kommt etwas butter in zimmertemperatur pi mal daumen auch einen esslöffel und vier äpfel nun für die gewissenhaften zuschauer ja ich bin hochgradiger apfel allergiker das bedeutet aber nicht dass ich wenn ich einmal kurz am apfel schnuppe oder hinein beiße sofort tot umfallen werde ich weiß was ich hier tue ich bin für mich selbst verantwortlich solltet ihr gäste haben die euch von vornherein sagen ich bin ja gegen äpfel allergisch halt dann tut es halt keine äpfel mehr ich bin für mich selbst verantwortlich ich mache das selber außerdem sitzt meine frau drüben und ich weiß ganz genau was passiert wenn es da hüllen scheppert und jetzt fangen wir mit schritt eins an und zwar den vorbereiten des brattens im ersten schritt machen wir eine marinade und zwar wird die steht diese marinade aus drei esslöffel den majoran und das ganze wird jetzt schön miteinander vermengt so klebrig wie es ist so flüssig wird es auch durch den senf dass wir das zeug dann gut verstreichen können das ganze schmieren wir jetzt auf unseren braten ist unser braten rundum mit dem zeug eingeschmiert deren mir das ganze einwickeln und zwar richtig gut einwickeln dafür die wunderbare frisch schalte folie ausgepackt den braten draufgelegt finger an der schürzen abwischt und dann richtig und dieses paket lege ich jetzt für zwölf stunden in den kühlschrank das heißt wir sehen uns morgen wieder dann macht das über nacht ja und dann schauen wir weiter dann morgen unsere stundenlange wartezeit ist vorbei wir kennen unseren braten den wir so wunderbar mariniert haben aus dem rohr nehmen machen uns dann das rheinl warm ein bräter wäre ganz hilfreich ich habe leider immer noch keinen deswegen habe ich auch keinen deckel ich muss später mit alufolie arbeiten aber kein problem wir werden jetzt etwas öl in unserem rheinl heiß machen und dann den braten von allen seiten einmal anbraten das ganze löschen wir dann mit dunklem bier ab bevor das ganze bei 220 grad ober unterhitze ins rohr kommt und dann geht's wieder runter und dann Perdue Ich weiß schon, ich habe gesagt 250 ml Bier, aber wenn ich eine Flasche aufmache, nutze ich es auch ganz. Jetzt lassen wir das Ganze kurz aufkochen, ihr seht es an der Flüssigkeit, wann das soweit ist. Und dann kommt ihr für 10 Minuten ohne Deckel ins Rohr. In der Zeit können wir uns darum kümmern, dass wir die Äpfel waschen und in Achtel schneiden, entkernen. Die kommen dann nämlich später noch dazu, logischerweise. Und nach 10 Minuten drehen wir einen Deckel drauf und lassen das Ganze für 2 Stunden im Rohr. Dazu wird dann die Hitze von 220 Grad auf 140 Grad runterdraht. Jetzt kommt ein Deckel drauf und wir werden das Ganze für weitere 2 Stunden im Rohr lassen. Nach 1,5 Stunden kommen die Äpfel dazu. Dazu kommt, dass wir das Ganze bei 140 Grad Ober- und Unterhitze laufen lassen, nicht mehr bei 220. Wenn unser Braten im Rohr ist, können wir uns um die Äpfel kümmern. Das heißt, wir nehmen den Strunk raus, schneiden uns die Äpfel in Achtel und entkernen sie. Danach werden wir sie mit Butter und Honig beschmieren und dann kommen sie mit zum Braten. Für die letzte halbe Stunde ungefähr. Für die letzte halbe Stunde. so wenn der Braten dann schon mal heraus ist, jetzt tue ich ein bisschen mit dem Bier übergießen, was da so drin ist ich finde, das ganze macht auch schein ein ganz ordentliches Bild jetzt packen wir die Äpfel dazu, stellen ihn für die letzte halbe Stunde nochmal ins Ohr, dann können wir essen ich persönlich mache noch Kartoffeln dazu, damit es sich lohnt ich freue mich aufs Essen, kann eigentlich fast nur gut werden auch die letzte Warte Zeit ist vorbei wir können also jetzt unseren Braten der ganzen Welt preisgeben so schaut das aus den lasse ich jetzt noch kurz dorten, tue ihn dann raus zum Oschneien und anrichten da hinten mache ich mir noch schnell eine Mehlschwitze, damit ich dann aus der Soße, die jetzt da drin ist dem Bratensaft, dem Apfelsaft sowie dem Bier ein sauberes Sößchen hinkriege Mehlschwitze sollte inzwischen allen klar sein, wir nehmen einen Batzen Butter schmelzen uns den in einem Topf einer Pfanne, das könnt ihr euch aussuchen, wo dämen ein Mehl dazu, bis wir eine cremige Masse haben und dann dämen wir einfach unser Süßchen oder unseren Sud, den wir da jetzt im Reindl drin haben aufgeschütten sodass wir ein cremiges Süppchen kriegen dafür brauchen wir keinen Soßenbinder oder etwaiges das macht nämlich unsere Mehlschwitze so 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 es ist alles fertig, wir müssen nur noch anrichten, dann können wir uns durchprobieren, bewerten und meine Frau und ich können essen alles klar folgende Bewertungen für den Schwierigkeitsgrad möchte ich dem Gericht, so wie es im Kochbuch steht, gerne zwei von sechs Punkten geben eigentlich ist nicht viel dabei, das hinzukriegen bei der Soße ist ein klein wenig Hindernis dahinter, aber das ist bei jeder Soße so, wenn man einmal drin hat, geht das auch deswegen zwei von sechs aufwandstechnisch bekommt das ganze sechs von sechs Punkten, ich habe ungefähr 14 Stunden einzuplanen und das ist nur die Zeit, Ofen und Wartezeit, dann kommt noch die ganze Bearbeitung dazu also sind wir wahrscheinlich eher bei 16 Stunden und das ist dann doch ein ordentlicher Aufwand für ein solches Essen wobei ich sagen muss, ein Braten dauert halt seine Zeit Geschmacklich es mag vielleicht an meiner Apfel-Analologie liegen also mit den Äpfeln kann ich gar nichts anfangen die sind super geschmacksneutral, die haben keinen Biss da ist so... weiß ich nicht ja? vielleicht merke ich noch nicht mal, dass ich Äpfel esse heute mal sehen die Soße es fehlt hinten und vorne Salz da ist nichts dran, wir haben aber auch nichts rein und mich wundert es nicht, dass das fehlt ähm ja, es ist eine Bier-Soße Bier ist... das ist ein gutes Bier, was ich damit gleichgestellt habe aber das reißt es nicht raus das Fleisch es ist zart, es ist saftig das ist ein gutes Stück Fleisch geworden aber auch da fehlt es mir einfach an Geschmack auch der Honig, von dem ich mir einen gewissen süßen Kick erwartet habe der kommt bei mir nicht an ich finde es sehr sehr schade das heißt für mich, dass ich leider aus diesem Stück Fleisch hätte was besseres machen können ich möchte dem Ganzen vier Schulverweise von zehn geben das ist eine sehr schlechte Benotung so eine schlechte Note gebe ich ganz selten weil meistens äh dann lobe ich mich selber dafür, was ich gemacht habe aber das kommt über die vier Punkte nicht hinaus ich persönlich werde es nicht nochmal so machen ich bleib bei meinem bayerischen Schweinebraten da weiß ich was ich hab, da weiß ich was ich kann und der schmeckt deutlich besser Sollte euch das Video dennoch gefallen haben dann lasst mir doch bitte einen Daumen da ein kostenlos ab und aktiviert die Glocke um kein weiteres Video mehr zu verpassen mir hat es euch freuen, wenn ihr mal was in die Kommentare schreibt und wenn ihr nur schreit seid wer ist schon so dumm und macht seine Schweinebraten so sei dahingestellt wir sehen uns das nächste Mal wieder wenn du wiederholst kochen mit eurer und bis dahin bleibt gesund, herzgesund und genießt zu erleben was es haupt bei uns Pfüatzeich und Baba Aja, da Feirada